Warum urbane Situationen in unserem Leben uns krank machen können, uns stören können, uns seelische Probleme bereiten als Menschen. Das ist ja ein Thema, das uns häufig begegnet bei Klienten in der Praxis, also im Praxisalltag der Psychotherapie. Und es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und es einfach nicht nur so hinzunehmen. Also mit urban ist gemeint, die Menschen leben in den Städten, in den Städten agieren sie, in den Städten leben sie, wohnen sie, arbeiten sie, kaufen sie ein, konsumieren sie, sind in der Kultur, dort im Theater, im Kino und so weiter und so weiter. Wir könnten eine ganz profane Antwort darauf nehmen und sagen, es ist keine Natur vorhanden oder es ist wenig Natur vorhanden. Natürlich gibt es Stadtparks und es gibt Erholungsgrün, Grüne Gürtel und so weiter und gute Städte, die gut angelegt sind vom Städtebaumäßigen, die sorgen natürlich dafür, dass ein natürlicher Ausgleich vorhanden ist, das sehen wir immer wieder. Aber wie viele Städte, wie viele Metropolen, wie viele Metropolzonen gibt es auf der Erde, die das nicht so sehr haben, sondern die einfach gewachsen sind, die immer weiter gewachsen sind, sich entwickelt haben und wo viele, viele Menschen leben. 10 Millionen, 12 Millionen, 15, manchmal an die 20 Millionen, über 20 Billionen und so weiter und wir haben ja das globale, generelle Phänomen, dass Stadtkulturen immer weiter wachsen, dass Städte immer weiter wachsen und dass wir immer noch das Phänomen einer Stadtflucht haben. In Deutschland genauso wie in Frankreich oder in Italien oder in China, in Indien und so weiter, egal wo wir hingucken. Und insofern nimmt natürlich statistisch gesehen auch so etwas wie Neurotizismus zu oder nehmen psychische Störungen grundsätzlich zu. Keine Natur vorhanden. Lärm natürlich. Wir haben manchfache Lärmreize und ständige Lärmbelastung führt zu Stress und der Stress führt zu psychosomatischen Problemen, zu körperlichen Problemen und so weiter. Also das sind alles Untersuchungen, die man schon längst gemacht hat und die natürlich immer wieder verifiziert werden und von denen man weiß, dass sie sehr problematisch sind. Das ist auch ein Lärmpegel, den man teilweise adaptiert hat, an den man sich also angepasst hat, der aber unterschwellig, umso unterschwelliger dann eben in der Lärmkomponente seine Wirkungen entfaltet. Nicht nur nachts, sondern tagsüber genauso tags und nachts. Und Lärmquellen sind hier in der Stadt grundsätzlich sehr vielseitig vorhanden. Dann haben wir das Phänomen der Geometrien im Städtebau, im Hausbau, in den Behausungen der Menschen. Geometrische Strukturen, wenn wir in moderne Architektur hineinschauen, dann sind das mittlerweile nicht nur kubische Strukturen, sondern es sind fraktale Strukturen, die besonders auffallen in den letzten Jahren. Starke fraktalarchitektonische Strukturen, die wir haben. Also Häuser, die irgendwie so aussehen, Hochhäuser, die so aussehen, als ob sie bedrohlich auf einen fast niederstürzen, würde man sagen. Nicht Beispiele dafür. Ganze Wolkenkratzer-Systeme und so weiter. Bei aller Imposanz und bei allem technischen Narzissmus, der hier entsteht, und ich betrachte das von der Seite der Psychotherapie aus oder psychotherapeutischer Theorien aus, ist es natürlich etwas Bedrohliches, das Menschen auch als bedrohlich wahrnehmen können. Und das sind ja nicht nur Menschen, die einen psychischen Knacks haben, sondern das sind eben auch ganz normale Menschen, denen das so geht. Wir haben also keine organische Natur vorhanden. Diese organische Natur ist sehr gering ausgeprägt. Und wenn, dann ist sie gekünstelt. Wer hat denn da schon noch einen Garten, einen wilden Garten, in dem er eine Permakultur frönt? Und solche Sachen, es gibt zwar schöne Kulturformen, die man auf Terrassen und auf Flachdächern kultivieren kann, aber das ist ja eher die Ausnahme. Aber immerhin, es ist ein Schritt in die Richtung, Natur in diesen Städtebau hineinzubringen. Was den Menschen fehlt, sind natürlich auch Farbnuancen. Besonders das Grün, diese unterschiedliche Schattierung und Ausprägung von Grüns, von Brauns oder von Blau, von natürlichen Farben, natürlichen Farben gegenüber den künstlichen Farben von Fassadenflächen, die nicht nur grau sind, sondern die vielleicht auch knallerisch angemalt sind. Und all das ist ja nicht natürlich und das kann zu Problemen führen. Dann natürlich eine permanente Reizüberflutung. Unterschwellig, also unterbewusst, implizit und explizit auch richtig bewusst wahrgenommen. Reizüberflutung, die ständig vorhanden ist. Es ist ja nicht nur der Lärm. Es sind verschiedene Wahrnehmungsreize, die wir ausgeliefert sind als Menschen. Es gibt dort was und da was. Hier kann man was kaufen, dort kann man was Besseres kaufen. Und im dritten Laden kann man nochmal was ganz anderes finden. Und man verliert dann wieder seinen ursprünglichen Drang, eben das eine Produkt kaufen zu wollen. Also man surft geradezu durch die Läden. Und das haben wir ja auch als Phänomen im Internet heutzutage, dieses berühmte Surfen. Man geht also hin und her, man ist hin und her getrieben. Und dieses Getriebensein, dieses Imflusssein, wenn du in der Stadt wirklich auch in dem Sinne mental überleben willst oder dich dort zurechtfinden willst, ist, dass du dich dem einfach hingibst. Dass du dich dem Swinging London oder New York oder nicht nur Swinging, sondern Floating dieser Städte hingibst. Das ist ein Phänomen, das wir in Deutschland auch haben. Solche Städte wie München, Hamburg, Berlin sind gerade deswegen gelitten, weil sie eben diese Flutung haben. Dieser permanente Puls, der vorhanden ist und der sehr vielseitig ist und natürlich immer in der Gefahr laufen kann, eben auch eine Reizüberflutung zu kreieren und die da ist. Nicht, ob man das jetzt will oder nicht, man ist einfach in diesem Fluss drin. Dann haben wir natürlich so ein Phänomen wie, wir haben freie Tagesstrukturen. Wenn du in Sibirien lebst oder in der Tundra oder in einer sehr natürlichen Bergregion, dann hast du Vorgabetagestrukturen. Das heißt also, die Nacht ist die Nacht und da ist es dunkel und da ist vielleicht der Mond und die Sterne. Aber es ist Nacht und tagsüber ist einem der Tag und dann ist die Aktivität des Tages. In den Städten oder urbanen Regionen haben wir keine Unterscheidung mehr. Also die Nacht wird zum Tag und umgekehrt. Also es gibt alle möglichen Varianten, die ständig ineinander greifen und keine natürliche Trennung mehr voneinander haben. Es ist ständiges Licht vorhanden. Es ist ständiges künstliches Licht vorhanden. Denk mal an Arbeitssituationen in Großraumbüros, in großen Kaufhäusern, in Markthallen und so weiter. Da gibt es zwar natürliches Licht, das scheinbar irgendwo da oben ist oder vielleicht auch an der Seite ist, aber es ist doch nicht wirklich natürliches Licht, sondern es ist eine Armada von künstlichen Lichtquellen, die vorhanden sind. Natürlich gibt es in der Urbanität Hektik, Hektik immer wieder. Es geht schnell zu. Es geht sofort zu. Es geht unmittelbar zu. Es ist hektisch, Stress. Es ist in Eile. Es ist getimed. Es ist ein Timetable, den du hast. Du hast hier fünf Minuten Zeit, dort zehn Minuten Zeit, da vielleicht eine halbe Stunde für das Mittagessen, wenn es hochkommt. Ich habe das in Paris neulich mal beobachtet. Haben die Leute jetzt nicht mehr wie früher mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Mittagpause oder vielleicht sogar mal zwei Stunden. Auch diese Zeiten gab es, sondern sie haben nur noch eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Und sie gehen nicht mehr in ein Restaurant, sondern sie gehen zu einer Dönerbude, also zu irgendeinem Schnellimbiss irgendwo an der Ecke. Das ist ja alles Phänomene von Hektik, von immer schneller. Und wir haben sehr schöne Untersuchungen auch in urbanen Regionen, wo wir sehen, dass die Menschen sich immer schneller bewegen, immer schneller und abrupter bewegen, also immer mehr dem Hinterherrennen. Und wir haben ja auch generell das Phänomen in industriellen Kulturen oder eben in diesen angesprochenen urbanen Regionen, dass sich die Schnelligkeit überholt, dass die Schnelligkeit exponentiell zunimmt, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, viel, viel schneller. Also in einer unheimlich umgetriebenen Schnelligkeit, in dem alles wieder stattfindet. Und das zeigt sich beispielsweise in den schnelleren Reden von Menschen. Menschen, die in urbanen Regionen leben, reden schneller, reden zerlopper, haben einen stärkeren Redefluss. Und sind nicht so sehr überlegt oder überlegen nicht erst, was sie reden, sondern im Zweifelsfall reden sie. Reden um das Redenwillen. Es gibt also vielerlei Ablenkungen. Es gibt natürlich dann das künstliche oder das kultivierte Abschirmen dazu. Natürlich gibt es Samadhi-Tanks und es gibt Meditationsräume und es gibt Entspannungsoasen und all das. Und es gibt Kirchen, immer noch Kirchen oder auch Klöster in Städten, egal von welchen Religionen. Das ist ob Buddhismus, Hinduismus, Christentum, Muslim, also im Islam oder im Judentum, ist egal, was wir da angucken. Die gibt es natürlich, diese Inseln und die sind auch sehr wichtig. Aber das Abschirmen, das ich meine, ist nicht so sehr diese Rückzugsorte und diese Kontemplations-, diese innere Einkehrorte, sondern zum Beispiel so etwas wie Reize, Drogen, Medikamente, Alkohol, 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 sonstige Drogen. Neuerdings sehr, sehr stark global kommend Marihuana und all diese Geschichten, ganz zu schweigen von anderen Drogen, die natürlich auch da sind. Und dieses urbane Gefühl, das an dir nagt oder das an den Menschen nagen kann, eben dadurch ausgleichen, indem du eine Droge zu dir nimmst und die vorhanden ist. Oder kulturell der Hype als Ersatz für die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse, die Menschen haben. Und wenn du einmal einen Garten mit deinen eigenen Händen umgegraben hast und in der Erde gewühlt hast und da irgendwelche Samenkörner reingesetzt hast und die Pflänzchen hochgezogen hast, bewässert hast, jeden Tag hingegangen bist, geguckt, wie weit es gewachsen ist, dann weißt du, was eigentlich zum Beispiel natürliche Befriedigung bedeutet in deiner Arbeit, in deiner Handarbeit, die du da machst. Wenn du einmal mit Lehm umgegangen bist oder ähnlichen Naturstoffen, dann weißt du, wie zufrieden du danach dich ausruhst, wenn es auch anstrengende körperliche Arbeit gewesen ist und du dich einfach wohlfühlst. Und ob das natürlich in der Stadt vorhanden ist, das ist die große Frage. Also wir haben ein ständiges Maß und Übermaß an Ablenkung. Wir haben wenig verlässliche Konzentration. Und wenn, dann ist es eben eine künstliche Konzentration, die auf etwas Bestimmtes hinweist. Natürlich gibt es, wie gesagt, Meditationszentren und all das. Aber die normale natürliche Konzentration, die dich selbstverständlicherweise einlässt, wenn du in einigermaßen natürlichen Umgebungen lebst, ist so gut wie nicht vorhanden. Wir haben natürlich einen permanenten Konsum. Konsum, Konsum, Kommerzialisierung, alles ist kommerzialisiert. Die Therapie ist kommerzialisiert, die Hinwendung ist kommerzialisiert und all das. Ein Konsum, eine künstliche Befriedigung und künstliche Befriedigungen führen für uns eben als Psychotherapeuten immer einfach zu einem Manko, führen immer wieder zu einer Unausgeglichenheit und damit Problematik. Generell und vielleicht zum Schluss die Abwechslung in den urbanen Regionen in einer immer schnelleren Suche. Man wechselt ab. Nicht heute ist was in, morgen ist etwas in, übermorgen ist es anders. Und die Frage ist, wollen die Menschen an diesen Dingen tatsächlich immer wieder teilnehmen? Die Frage ist natürlich auch, müssen sie an den Dingen teilnehmen, weil irgendwo müssen sie ja arbeiten. Irgendwie müssen sie ihr Geld verdienen, ihre Jobs. Und natürlich kreieren urbane Zentren und Regionen und Metropolen eine Unmenge von Jobs und Arbeitsmöglichkeiten, egal auf welchem Niveau. Ob das Hilfsarbeitsniveau ist oder ein überakademisches Niveau ist in der Richtung. Das ist natürlich ein Zwang und eine Notwendigkeit, sich auch dort geradezu anzusiedeln. Mal abgesehen von den Kosten, die urbane Regionen haben, die wesentlich teurer sind als in ländlichen Regionen. Das mal so ein paar wirklich auch provokante Themen und typische Themen für Probleme in urbanen Situationen, mit denen wir als Psychotherapeuten natürlich tagtäglich zu tun haben. Und wir könnten uns die Frage stellen, wären weniger Konflikte und Probleme da, wenn es nicht dieses Übermaß, dieses globale Übermaß an Urbanisierung gäbe, wäre es dann nicht vollkommen anders? Und könnte man das ändern oder wie ist es zu verändern? Oder gibt es vielleicht wieder so einen Trend auch in Deutschland, der zurück zum Land geht und das Land eben seine Strukturen hat, in denen man auch gut leben kann und prima leben kann und nicht unbedingt das nur Urbane braucht? Das ist eine Frage, die sich stellt. Und ich denke, wenn wir Störungen summieren und diagnostizieren und damit beschäftigt sind, dann muss das eben auch immer wieder eine ganz wichtige Frage sein, die wir uns stellen. Ist das Urbane eben vollkommen bekömmlich für eine menschliche Psyche, für ein mentales Leben? Das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz.